Die Oldenburger lassen sich ihren Bürgerbrunch nicht vermiesen. Nicht durch herrenlose Koffer und auch nicht durch einsetzenden Regen. Weit über 700 Teilnehmer saßen pünktlich um 10 Uhr zum späten Frühstück am Schlossplatz auf ihren Plätzen. Als nach rund einer Dreiviertelstunde der Starkregen einsetzte, flüchteten die Teilnehmer aber nicht, sondern schmausten einfach unter Plastikplanen weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017